Hallo liebe Kartenspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Lecker Mammut aus dem Amigo Verlag. Ein Spiel für zwei bis sechs Spieler ab sechs Jahren mit einer Dauer von circa 15 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel einen Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Lecker Mammut. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine kleine Anleitung, ein kleines Spielbrett und einen Satz mit Karten. Und da sind diverse Tiere mit diversen Farben darauf. Ja, und das ist er schon, der komplette Inhalt dieser Spiele Schachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Spielaufbau funktioniert wie folgt. Ihr legt hier diese Keulenkarte in die Mitte des Tisches, sodass jeder Spieler wirklich gleich gut da rankommt. Und dann teilt er einfach den kompletten Kartenstapel zu gleichen Teilen an alle Spieler aus. Also wenn wir zwei Spieler jetzt sind, macht man halt zwei gleich große Stapel. Gibt jedem Spieler davon einen Stapel zu sich. Ich lege mal einen hier unten hin und einen nehme ich hier oben. Und dann ist der Aufbau auch schon fertig. Und ich lese euch mal die Spiele vor. Wenn der Neandertaler allzu lang kein Fleisch mehr im Bauch hatte, treibt es ihn zur Jagd. Erfolg ist ihm aber keineswegs gewiss. Denn im Gewusel gilt es, auf verschiedene Merkmale des vierbeinigen Festschmauses zu achten. Und natürlich wartet der hungrige Rest der Sippe nur darauf, ihm wieder alles abzujagen. Ein Hau-Drauf-Spiel für die ganze Familie. Genau so ist es. Ein eigentlich sehr, sehr einfaches Hau-Drauf-Spiel, wo die Spieler einfach aufpassen müssen, was für Karten aufgedeckt werden. Denn es geht grundsätzlich immer darum, Dreierpärchen zu erkennen. Und das können entweder drei gleiche Tiere sein oder auch dreimal die gleiche Farbe. Wie man das Ganze spielt, ist ganz einfach. Ein Spieler beginnt und der deckt nach und nach seinen kompletten Kartenstapel auf. Also nicht abwechselnd immer jeder eine Karte, sondern ein Spieler erstmal seinen kompletten Kartenstapel. Und die anderen Spieler schauen einfach gut hin. Wichtig ist, dieses Spiel spielt man nur mit einer Hand. Die andere kommt weg und darf niemals eingesetzt werden. Nur mit einer Hand darf aufgedeckt werden und hingelegt werden. Und wichtig ist auch, man deckt immer zu den anderen Spielern auf, sodass die anderen es zuerst sehen und dann man selbst. Ja, dann legt man die Karte hin und so deckt man einfach jetzt Karte für Karte auf, bis einem Spieler auffällt. Huch, da sind ja dreimal eine Farbe oder huch, da ist ja dreimal das gleiche Tier drauf. Jetzt decke ich einfach mal ein paar Sachen auf und jetzt haben wir hier dreimal Grün. Und der Spieler, der es als erstes sieht, also am besten alle Spieler sofort, gleichzeitig hauen auf die Keule. Bam! Oder auch gleich mit der flachen Hand, dann können mehrere Hände da drauf. Und der Spieler, der eben ganz unten liegt, der war der Erste, der drauf gehauen hat. Und der darf sich jetzt die Beute nehmen. Die Beute besteht in dem Fall jetzt erstmal aus diesen drei Karten in Grün. So, wichtig an der Sache ist es das, der Spieler darf diese Karten jetzt beliebig sortieren. Und wichtig ist nur die Karte, die ganz oben liegt. Denn diese Karte, das ist die oberste Karte seines Beutestapels und auch die zählt jetzt wieder mit zu diesen Farben und Tiersachen dazu. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich lege das Mammut ganz oben hin und lege das aus meiner Beute mal hier seitlich her, dann zählt jetzt das grüne Mammut auch als Karte. Jetzt machen wir mal das tolle Beispiel. Ich schaue mal, ob ich noch ein paar Mammuts habe. So, kleines Beispiel aufgebaut. Also, ich decke meine nächste Karte auf. Der Spieler ist immer noch dran. Ich habe immer noch einen Stapel. Jetzt sehen wir schon, aha, zweimal Mammut, denn dieses Mammut hier zählt ja mit. Und ich decke die nächste Karte auf grün. Auch das grün von dem Mammut zählt mit. Ist trotzdem erst die zweite Karte. Und bam, hier ist das dritte Mammut wieder. Eins, zwei und die Beutekarten von diesem Spieler. Das entdeckt er hier unten als erstes. Haut hier drauf. Und er darf sich jetzt diese beiden Mammuts nehmen. Und zusätzlich diesen kompletten Beutestapel des Spielers. Und die darf er wieder so hin sortieren, wie er möchte. Mit welcher Farbe oben oder welches Tier auch oben. Je nachdem, wie er das gerne möchte. Und zu sich hinlegen. Jetzt geht das Spiel mal ganz normal weiter. Er deckt mal das nächste auf. Das ist hier. Und dann hier nochmal ein Mammut. Und hier noch dieses nette Tierchen. Und hier noch das da. Und das haben wir hier noch. Auch mal Elch. Das ist immer noch kein Dreier-Kombo. Und jetzt, bam, haut er wieder drauf und sagt, grau. Also richtig, dreimal grau entdeckt. Auch diese drei grauen Karten nimmt er. Sortiert sich eine Karte hoch, die er gerne möchte. Und das hier legt er als neun Beutestapel zu sich hin. Das heißt, es sind jetzt zwei Beutestapel mit zwei verschiedenen Sachen im Spiel. Und so bauen die Spieler jetzt während dieser Runde viele, viele Beutestapel auf. Die jederzeit wieder von einem anderen Spieler abgeluchst werden können. Wenn sie eben zu einer Auslage hier passen. Das wird sehr, sehr spannend und sehr, sehr voll irgendwann. Bam, wieder auf die Keule. Gelb. Ich nehme mir das hier an mich. Also man ruft auch immer das, was es ist. Gelb oder, also die Farbe. Oder das Tier, was da drauf ist. So, wir decken das nächste auf. Hm, passt mit nichts zusammen. Wir decken das nächste auf. Braun haben wir auch erst zweimal. Das Viech haben wir auch erst zweimal. Nein, haben wir schon dreimal. Also, bam, wieder drauf. Wollnashorn. Und dann nehme ich mal wieder die drei Karten. Sortiere die so hin, wie ich sie gerne möchte. Und lege die als neuen Beutestapel wieder zu mir hin. Und ich decke wieder die nächste Karte auf. Das haben wir hier. Wollnashorn. Wollnashorn. Und wieder, bam, blau. Und der Stapel geht wieder an von mir aus den Spieler hier unten. Ja, so geht es einfach jetzt so lange weiter, bis er seinen Stapel leer hat. Dann macht der nächste Spieler weiter und macht seinen Stapel leer. Und dann ist theoretisch mal eine Runde vorbei. Wichtig ist noch, wenn ein Spieler hier draufhaut und hat falsch gehauen, weil überhaupt keine Übereinstimmung herrscht. Der war also zu hektisch. Dann ist die nächste Karte von seinem Stapel eine Karte, die er zu sich hin legen muss. Und das ist ein Strafstapel. Und der Spieler, der am Ende einer Runde, also wenn unsere ganzen Karten hier verspielt sind, die meisten Strafkarten hat, der muss einen seiner Beutestapel in die Mitte des Spiels legen. Der wird einfach dann nicht mitgezählt. Und dann zählt jeder Spieler alle Karten, die er in allen seinen Beutestapeln drin hat. Und jede Karte ist einfach einen Punkt wert. Das Ganze schreibt man dann auf einem Block auf. Und dann spielt man eine weitere Runde. Und zwar spielt man immer so viele Runden, wie Spieler teilnehmen. Also im Zweispielerspiel spielt man zwei Runden, im Dreispielerspiel drei Runden und so weiter und so fort. Dann zählt man von allen Runden die Punkte zusammen. Und wer am meisten Punkte erspielen konnte, hat das Spiel gewonnen. Das war sie, meine Spielevorstellung von Lecker Mammut aus dem Amigo Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus macht's das gut, euer Michael.